Mein Name ist Christian Blaes und ich gestalte Abende rund um das Thema Laurel und Hadi. Ich zeige in der Regel drei komplette Kurzfilme der beiden und graniere das Ganze mit Wissenswerten und Anekdoten rund um das Thema Laurel und Hadi aus ihrem Leben und aus ihrer Karriere. Das Besondere an der Komik von Laurel und Hadi ist, dass in ihren Filmen in der Regel so gut wie nichts passiert. Bis die beiden angefangen haben, Filme gemeinsam zu machen, waren die Filme anderer Komiker voll mit Action, Verfolgungsjagden, Prügeleien. Bei Stan und Oli ist es genau andersrum, da wird jeder einzelne Gag ausgewalzt bis zum Gehtnichtmehr und alles wird sehr langsam präsentiert und daraus entsteht ihre einzigartige Komik. Stan war im Grunde ein Workaholic, der auch nach Ende der Dreharbeiten nicht aufgehört hat zu arbeiten, während es für Oli selbstverständlich war, wenn die letzte Klappe gefallen ist, das Kostüm abzulegen und auf den Golfplatz zu gehen und Golf zu spielen. Diese Abende sollte man besuchen, weil es prinzipiell viel mehr Spaß macht, gemeinsam zu lachen als alleine zu Hause vor dem Fernseher. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass Laurel und Hadi jeden Saal zum Kochen bringen. Das heißt, jeder, der mal richtig ablachen will, der sollte sich so einen Abend nicht entgehen lassen, sondern gemeinsam mit anderen sich an dieser Komik erfreuen, die noch nach 100 Jahren so funktioniert wie Anfang des 20. Jahrhunderts. 5. Jahrhunderts. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.